Das neue Mikrosilber Moonspray stellt das dritte Produkt unserer Oral Care Serie dar, die wir mit dem antibakteriellen und antiviralen Wirkstoff Mikrosilber BG ausgestattet haben. Beim Moonspray ist es uns gelungen, dass metallische Silber mit seiner antiviralen und antibakteriellen Wirkung in eine sprühbare Emulsion einzubauen und mit ein bis zwei Pumpenhüben aus dem Pumpspray-Suspender gelingt es sofort, man wird das selber, wenn man das Produkt anwendet, sofort merken, man kann die gesamte Mundhöhle mit dieser leichten Textur aussprühen und hat die schon bekannte Schutzwirkung, weil das Silber und die Inhaltsstoffe einen Schutzfilm auf der Mundschleimhaut bilden, der mit dem Moonspray ganz gezielt aufgebaut werden kann. Bei unserem neuen Mikrosilber Moonspray haben wir die Hochtechnologie des Mikrosilbers kombiniert mit zwei traditionellen Heilpflanzen, nämlich dem Salbei und der Echinacea-Pflanze. Die sind seit vielen Jahrhunderten im Einsatz und man kennt deren Wirkung in der Regenerierung der Mundschleimhaut, wenn sie angegriffen ist. Das können durch Säuren, weil, da komme ich gleich darauf zu sprechen, wenn wir essen, zersetzen sich unsere Nahrungsmittel schon in der Mundhöhle. Dort sind Bakterien, die Abbauprozesse durchführen. Und auch die pH-Wertschwankungen in der Mundhöhle sind immer eine Belastung für die Mundschleimhaut. Und um das mögliche Schäden oder Irritationen der Mundschleimhaut kann, hat man schon seit vielen Jahrhunderten, das haben schon die Archimisten festgestellt und die ersten Mediziner, dass man mit gewissen Heilpflanzen in der Mundhöhle sehr, sehr schöne Erfolge erzielen kann in der Regenerierung der Mundschleimhaut. Und das haben wir nun kombiniert mit Mikrosilber und traditionell, das hat sich erwiesen, ist zusätzlich unsere bekannte Aloe Vera, einerseits in der Unterstützung der antibakteriellen Wirkung und zum anderen aber auch ein Booster für die Regenerierung von gewissen Hautschäden, sowohl in der Mundhöhle als auch auf jeder anderen Hautpartie. Praktisch ist es insofern natürlich auch, weil ich dieses Mundspray mitnehmen kann. Das kann ein ständiger Begleiter werden und ist im Grunde genommen die Mundhygiene to go. Das kann ein ständiger Begleiter werden. Untertitelung des ZDF, 2020